Big Brother lauert überall. Wer das nicht glaubt, sollte den Bericht jetzt nicht verpassen. Die Überwachungskameras des neuen Shopping-Centers Loop 5 in Weiterstadt bei Darmstadt schaffen die totale Kontrolle mit modernster Technik. Und viele Kunden ahnen davon nichts. Seine Augen sind überall. Jan Albrecht in seiner Sicherheitszentrale kann alles sehen. Wenn er wollte, könnte er jeden Kunden genau beobachten. Die kleinste Bewegung, jede Berührung. Die Kameras sind so gut wie überall. 250 Stück sind im Einkaufszentrum Loop 5 in Weiterstadt installiert. Und auf den 1. Blick zu sehen, sind sie nicht. Ihre Aufnahmen hochauflösend und sie lassen sich steuern. Diese Kameras sind auch mit einem extrem starken Zoom versehen, welches ich Ihnen jetzt mal zeigen möchte. Das wäre hier z.B. Sie sehen jetzt das Bild. Unten ist die Bäckerei im Untergeschoss. Dann können wir dort sehr stark ranzoomen. Um auch kleinste Sachen zu entdecken. Sie können da jedes Brötchen sehen? Ja, wenn ich das möchte. Auch die Preise, ja. Alle Aufnahmen werden 14 Tage lang gespeichert. Darauf zugreifen dürfen nur die Polizei und Detektive. Aber Ladendiebstähle sind nicht das größte Problem. V.a. sollen die Kameras Sachbeschädigungen oder Pöbeleien verhindern. Aber dass sie auf Schritt und Tritt verfolgt werden können, ist den meisten Kunden gar nicht bewusst. So wie diesen beiden jungen Frauen. Wir sprechen sie auf die Kameras an. Ich bin nicht scheiße. Ich wusste es auch nicht, ja. Also ich finde es, ich bin sowieso grundsätzlich eher gegen Überwachung, sei es jetzt auf der Straße oder in irgendwelchen Einkaufszentren. Weil ich finde nicht, dass Sicherheit vor persönliche Rechte irgendwie geht. V.a. dass es eine Zoom-Funktion gibt, ahnen die wenigsten Besucher. Aus der Sicht von Datenschützern ist das problematisch. Zoomen enthält einen besonders intensiven Eingriff oder intensives Eindringen in die Privatsphäre der Betroffenen. In dem sich der Beobachter der Person stärker nähert, als das normalerweise im sozialen lockeren Kontakt in einem Warenhaus, wo viele Leute herumlaufen, der Fall ist. Aber rechtlich sind die vielen Kameras in Ordnung. Das sagen sowohl der Datenschutzexperte als auch die Betreiber von Loop 5. Bei den einigen stehen ein großer Hinweis, das Schilderboot draufsteht, dass das Center komplett mit Kameras überwacht wird. Und die Leute, die das Center betreten und diese Tafeln gelesen haben, stimmen ja somit auch zu, dass sie die ganze Zeit gefilmt werden. Sicherlich werde ich das nicht ausnutzen und jetzt bestimmte Personen, wie Sie sagten, in den Ausschnitt schauen oder zu gucken, was sie verschmuckt haben. Weil das ist ja nicht meine Aufgabe. Doch die Warentafeln am Eingang beachten viele Besucher gar nicht. Lesen Sie alles, was vorne steht, wenn Sie reingehen in so ein schönes Zentrum? Ich bin sprachlos. Es gibt aber Warnhinweise am Eingang. Ehrlich? Haben Sie nicht gesehen? Nein. Ich achte nachher drauf, wenn ich rausgehe. Solange der jetzt nicht auf der Toilette guckt, was wir machen, ja, ist das hier in Ordnung. Da fühle ich mich, glaube ich, auch etwas sicherer. Dass die Kameras kaum auffallen, ist Absicht. Die Kameras sind schön harmonisch, fein sauber weg. Die sollen vom eigentlichen Einkaufserlebnis nicht ablenken, aber sie sind präsent. Und derjenige, der eben halt nichts Gutes im Schilde führt, wird sie sehen. Der wird sich auch abgestreckt fühlen. Aber unser normaler Besucher braucht sich davon nicht abgestreckt fühlen und dann nimmt sie auch gar nicht wahr. Wem das zu viel Überwachung ist, sollte das Zentrum meiden. Der Rest muss darauf vertrauen, dass Albrecht und seine Kollegen wirklich diskret mit den Bildern umgehen.